Hallo liebe Freunde und ein frohes Weihnachtsfest euch allen. Mein Name ist Taris und das weiße Ding, was ihr da seht, ist eine Area Effect Cloud. Wofür wir die brauchen, das zeige ich euch jetzt. Diese Area Effect Cloud, die ihr gerade gesehen habt, ist mit einem Lingering Potion generiert worden. Alle Lingering Potions haben diese Area Effect Cloud, die wird dann kleiner nach und nach. Und diese Area Effect Cloud brauchen wir auch für den Antrieb von unserem Coaster. Dafür müssen wir zuerst einmal eine erzeugen. Das machen wir mit einem Command Block und mit folgendem Command. Mit dieser Seite, die kennt ihr bestimmt, mit Minecraft Stacker können wir uns die Befehle zusammensetzen. Wir nehmen den Summon Befehl, dann Entity Area Effect Cloud. Diese Area Effect Cloud bekommt noch einen Namen und wir nennen sie Moria-T für Track, weil das unsere Track, unsere Strecke wird. Und diesen Command kopieren wir uns jetzt in unseren Command Block. So, wenn wir diesen Command Block jetzt auslösen, erscheint ganz kurz über dem Command Block eine Area Effect Cloud. Habt ihr es gesehen? Da war ein weißer und ein blauer Strich. Das ist unsere Area Effect Cloud. Wenn wir dem Ganzen jetzt einen Radius geben würden, wäre das auch so ein Quadrat, wie wir das eben gesehen haben. Aber wir wollen, dass diese Area Effect Cloud länger existiert als nur diesen kurzen Augenblick. Und das machen wir, indem wir dem Ganzen noch eine Duration geben, und zwar in Ticks. Ich würde jetzt mal 10.000 Ticks vorschlagen. Dann existiert sie eine gewisse Zeit und wir können besser damit arbeiten. Wenn wir das Ganze jetzt in diesem Command Block mit Steuerung A markieren wir alles im Command Block und Steuerung V setzen wir dann unseren neuen Command ein. Wir machen im Grunde genommen dasselbe wie eben. Hier geben wir ein, dass sie ein Block über dem Command Block erscheinen soll. Und hier haben wir jetzt die Duration von 10.000 Ticks und natürlich den Tag Moria T. Wenn wir das jetzt auslösen, sehen wir, da ist sie wieder, unsere Area Effect Cloud. Und diesmal wird sie für 10.000 Ticks da oben existieren. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst bitte einen Like da für den lieben YouTube-Algorithmus. Und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Dann brauchen wir, um das Ganze wieder verschwinden zu lassen, einen Kill-Befehl. Wir machen das mit kill, add e, für alle Entitäten natürlich, mit dem, Achtung, tag gleich Moria unterstrich T. Das werden gleich nämlich noch sehr viel mehr Entitäten. Und wenn wir den jetzt auslösen, dann seht ihr, dass unsere Area Effect Cloud wieder verschwindet. Dann brauchen wir unbedingt ein Minecart, beziehungsweise einen Chasen. Wir machen das jetzt am Beispiel Minecart. Später werden wir da einen Chasen noch mit Blockbench generieren. Dieses Minecart machen wir auf folgende Weise. Wir nehmen wieder den Summon-Command. Diesmal allerdings nicht eine Area Effect Cloud, sondern einen Armor Stand. Dieser Armor Stand bekommt auch den Tag Moria T für Track. Wie wir auch schon die Area Effect Cloud gerade genannt haben. Dann hat er No Gravity. Dann ist er Invulnerable. Er ist Small. Er ist ein Marker. Er ist Invisible. Und er hat keine Baseplate. So wie die Spawnen kann er auch nicht. Dann hat dieser Armor Stand einen Passenger. Und dieser Passenger ist ein Minecart. Und das Minecart ist das, was wir am Ende sehen wollen. Dieses Minecart hat dann auch den Tag Moria T für Track. Wir nehmen jetzt einfach immer denselben Tag, einfach damit das etwas übersichtlicher ist. Wir werden später mit mehreren Tags arbeiten, aber das machen wir dann im Stream. So, und jetzt müssen wir doch definieren, wo es erscheinen soll. Dafür geben wir die Koordinaten ein. Die habe ich mir vorher rausgeschrieben. Bei uns sind das ja etwas größere Koordinaten als für gewöhnlich und minus 4, 3, 2, 4. So, diesen Command kopieren wir uns jetzt hier raus und geben ihn in diesen zweiten Command Block ein. Und wenn wir jetzt diesen Command Block aktivieren, dann erscheint dort unser Minecart bzw. unser Armor Stand mit dem Minecart. Und auch der verschwindet mit unserem Kill Command, genauso wie die Area Effect Cloud, die auch gerade mit erschienen ist. Als nächstes müssen wir uns eine Strecke bauen und zwar eine Strecke aus diesen Area Effect Clouds. Mit STRG Mausrad schaffen wir es, den Command Block samt Inhalt zu kopieren. Und jetzt bauen wir uns einfach mal eine kleine Strecke daraus. Dann kann das Ganze auch durchaus mal nach oben gehen. Wir haben hier auch Auf und Abs bei uns im Coaster. Allerdings müssen wir dann auch hier einen von den Command Blöcken drunter setzen. Und dann könnte das Ganze hier zurückkommen. An den Ausgangsbahnhof. Wir haben ja auch bei uns hier im Coaster einen anderen Eingangsbahnhof als Ausgangsbahnhof. Ganz wichtig an dieser Stelle ist allerdings auch, dass wir alle Command Blöcke noch mit Redstone verbinden. Sonst funktionieren sie nicht. Und wenn wir das Ganze jetzt aktivieren, dann müsste über jedem Command Block eine Area Effect Cloud entstehen. So ist es. Hier hinten die Area Effect Clouds habe ich etwas höher gesetzt, gerade noch mit den Commands. Dieser ist drei über dem Command Block und dieser hier ist zwei über dem Command Block. Als nächstes wollen wir hier zwischen noch mit Cleanstone die Lücken füllen. Dann müssen wir den gleich nochmal neu anschließen. Und auf den ganzen Track legen wir jetzt noch Schienen drauf. Bei den Command Blöcken machen wir das natürlich mit der Crouch-Taste. Diesen Track wollen wir jetzt mit unserem Minecart befahren. Wenn wir nämlich jetzt das Minecart spawnen und dazu unsere Area Effect Clouds aktivieren, passiert gar nichts. Wir brauchen jetzt noch drei weitere Command Blocks, um das Ganze zu aktivieren. In den ersten Block kommt dieser Befehl hier. Dieser Befehl sagt uns folgendes. Execute as, also ausführen als Entität mit dem Tag Moria-T. Type Minecraft Armor Stand, also der Armor Stand, den wir erzeugt haben. Add, add s bei sich selbst. Wenn die Entität, add e, die Bezeichnung Moria-T hat. Type Area Effect Cloud ist, Limit 1. Die Nearest nehmen wir natürlich in einer Distance von 10. Run, Teleport. Dann kommen diese drei wunderbaren Hütchen 0,1. Das bedeutet sozusagen, dass unser Minecart dann 0,1 Blöcke in Richtung der Z-Achse teleportiert wird. Diesen Command geben wir jetzt in diesen Command Block ein. Und es wird ganz wichtig, ein lilaner Command Block, ein Wiederholungs-Command-Block. Wenn wir das Ganze jetzt aktivieren, passiert folgendes. Das Minecart bewegt sich, solange dieser Block Strom kriegt. Allerdings in die falsche Richtung. Hat noch nichts mit den Area Effect Clouds zu tun. Also stellen wir das Ganze wieder auf 0. Jetzt kommt ein zweiter Command Block dazu. Es ist wichtig übrigens, dass bei dem ersten Command Block der Pfeil in die Richtung des nächsten zeigt. Und in diesen zweiten Command Block kommt jetzt dieser Befehl. Execute as, also ausführen als, alle Entitäten mit dem Tag Moria-T. Type Minecart Armor Stand. Das bedeutet automatisch, dass unser Armor Stand gemeint ist. Add at S bei sich selbst. Run, Teleport at S zu den relativen Koordinaten. Facing die Entity mit der Bezeichnung add E. Limit 1. Tag Moria 1, der vom Type her eine Area Effect Cloud ist. Und zwar nur die Nearest. Das bedeutet, dass sich der Armor Stand jetzt in Richtung der Area Effect Cloud bewegen wird. Allerdings muss es dabei ein verketteter Block sein. Und der muss immer active sein. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder aktivieren, dann passiert folgendes. Das Minecart fährt in Richtung dieser Area Effect Cloud. Aber kommt nur bis zur ersten. Denn an dieser Stelle weiß es schon nicht mehr, was es tun soll. Denn es gibt zwei Area Effect Clouds. Es gibt die erste Area Effect Cloud und die zweite. Deswegen kommt es an dieser Stelle nur eine Area Effect Cloud weit. Und daher müssen wir jetzt noch einen dritten Command Block hinzufügen. In diesen dritten Command Block kommt jetzt folgender Command. Execute as, also ausführen als die Entität mit dem Tag Moria-T. Vom Typ ein Armor Stand. Das ist also unser Minecart, das wir die ganze Zeit benutzen. Add as bei sich selbst. Run kill, also den Kill Befehl ausführen. Und zwar an alle Entitäten mit dem Tag Moria-T, die vom Type eine Area Effect Cloud sind. Also diese blauen Striche, die wir über den Command Blöcken haben. Immer nur eins, immer nur die nächste in einer Distanz von eins. Auch diesen Command Block stellen wir auf verkettet und auf always active. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal aktivieren, dann sehen wir, dass das Minecart von Area Effect Cloud zu Area Effect Cloud fährt und diese löscht. An den Ecken allerdings fährt es noch etwas unsauber. Da hebt es kurz ab, wie wir gesehen haben. Das können wir auch umgehen, dieses Problem. Und zwar indem wir im dritten Command Block die Distance von 1 auf 0,5 stellen. Denn das Minecart hat jetzt sozusagen immer mit dem Befahren des Command Blocks diese Area Effect Cloud schon gelöscht. Mit dieser Einstellung allerdings fährt er dann erst zur Hälfte auf den Command Block und löscht sie danach. Jetzt aktivieren wir das Ganze nochmal. Und wenn das Ganze jetzt fährt, sehen wir, dass es deutlich sauberer fährt und auch die Ecken sauber fährt und nicht mehr abhebt, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.